Vajrapada Vrikshasana ist der Handstand mit gebeugten Knien, letztlich der Baum im Fersensitz. Gib die Hände auf den Boden, hebe die Beine hoch und jetzt beuge die Knie so weit, dass die Fersen auf dem Gesäß sind. Und so bist du in Vajrasana. Man könnte es auch nennen, dass es Urdhva Vajrasana in Hastasana.